So, hallo Comic-Interessierte, alles Klasse, mein Name, ich bin selber Comic-Zeichner und ich schaue mir ganz gerne mal andere Comics an und nachdem das hier die Paper Girls von Brian K. Vaughan, wenn ich das mal hoffentlich richtig ausgesprochen habe, geschrieben und Cliff Chiang gezeichnet. Was hat Matt Wilson gemacht? Wahrscheinlich koloriert, genau. Nachdem das in der Gesamtausgabe rauskam, hier auf Deutsch, habe ich da zugelangt und ich hatte schon öfters davon gehört, die Serie ist erschienen im Original. Was haben wir hier? Ist ja nicht genau aussichtlich. Auf jeden Fall sind es 30 Kapitel und ich hatte schon ein paar Jahre davon gehört. Ist noch, also ist auch aktuell, aber wie gesagt, ein paar Jahre ist hier schon auf dem Markt und erschien auch schon in einem anderen Format. Genau, aber ich hatte eben die Gesamtausgabe hier erblickt, habe sie mir letztes Jahr schon zu Weihnachten schenken lassen und dann eben jetzt endlich mal durchgelesen. Um es schon mal vorwegzunehmen, mein Fazit ist positiv. Ich kann das jedem empfehlen, der mit den Punkten sich anfreunden kann, die ich jetzt einmal ansprechen möchte. Genau, also worum geht es? Um diese vier Mädchen, die altersmäßig glaube ich so circa zwölf Jahre alle sein sollen. Und das ist auch so ein bisschen die Grundstimmung. Das ist halt immer so ein bisschen aus der Sicht von, ja, ein bisschen naiveren Heranwachsenden ist, ja, die eben halt noch gar nicht, an die man noch gar nicht den Anspruch haben kann, dass sie überhaupt die Situation komplett überblicken, sondern die eben eher so von Situation in Situation stolpern und das aber ziemlich cool und ziemlich souverän meistern. Ja, weil sie vielleicht eben auch, da ist ihre Naivität dann vielleicht auch einfach ein Vorteil, dass sie sich eben nicht da verkopfen, ja. Genau, jetzt hat man ein paar Zeichnungen, ja. Also geschrieben finde ich es wirklich super. Ich mag die Dialoge, ich mag die Sprache, die die Personen sprechen. Das ist für mich alles sehr real. Das ist für mich Brian K., auch wenn ich nicht genau weiß, wie man seinen Nachnamen ausspricht, ist für mich aktuell einer der besten Schreiber, wenn es eben wirklich so um Dialoge geht, ja. Also da sind nämlich einige, bei denen ich immer so ein Cringe-Fest feiere und bei ihm nehme ich das sehr, sehr gerne an und kann das, ja, kann mich da eben reinfühlen. Und die Zeichnungen, naja, was sind das für Zeichnungen? Sie sind halt ein bisschen cartoony, ja, sind jetzt nicht detailversessen, würde ich mal sagen. Und sie sind jetzt auch nicht unbedingt die Art von Zeichnungen, die mich krass begeistern, ja. Aber die funktionieren super gut, ja. Gerade eben auf diese vier Hauptcharaktere funktionieren die Zeichnungen super gut. Und sie, der Zeichner, der muss das dann ja über knapp drei Jahre gezeichnet haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, der, ups, ein bisschen, manche sind hier und da auch ein bisschen brutal. Ähm, der behält sein Stil, also vom ersten und letzten Kapitel komplett bei, ja. Man sieht da eben keinerlei Unterschiede oder sowas. Ähm, und, äh, das ist ja bei so einer, also auf jeden Fall bei so einem abgeschlossenen Leseerlebnis immer eine schöne Sache. Ja, Farben möchte ich auch auf jeden Fall loben hier von dem Matt Wilson. Da hat er, ähm, das ist immer so ein bisschen runtergebrochen, reduziert sieht es aus, ja, weil es dann eben immer einem bestimmten Farbton folgt. Ähm, und ich bin totaler, ähm, Violett-Fan, wenn es um Kolorierung geht. Ich, äh, finde, das löst einfach immer einiges aus, so. Ähm, ne, hat eine, es eben halt, es strahlt sehr, sehr viel Wärme aus und so weiter. Und dann eben dazu die Blautöne, die eher wieder Kälte ausstrahlen. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, sehr, ähm, ja, mutig möchte ich es gar nicht nennen. Also, der, der, der Matt Wilson scheint da eben einfach sich immer auf die, ähm, oft eher so auf die, darauf zu konzentrieren, ja, in welcher Farbe er eine Situation darstellen möchte, ne? Ähm, und weniger jetzt, wie die Farben eben real eigentlich sind. Und, ja, ähm, im Endeffekt ist es so, also ich hatte ja schon gesagt, diese vier Mädchen, um die es geht, ja, sind eben Paper Girls, also tragen Zeitungen aus in den 80er Jahren, was, äh, damals halt eine sehr, sehr übliche Tätigkeit war, um sein erstes Taschengeld zu verdienen. Und, ja, ich selber bin auch so eine Person, eine Person davon. Ich auch, auch ich hab in den, bei mir war es in den 90ern, ähm, eine überschaubare Zeit Zeitung ausgetragen und dafür auch ein bisschen Geld verdient. Und hier und da mal gab es eine kleine, äh, gab es eine extra Süßigkeit oder sowas von irgendwelchen, ähm, ja, meist älteren Personen, denen man dann eben die Zeitung vorbeigebracht hat. Naja, auf jeden Fall, sie sind Paper Girls und, ähm, einer davon ist auch ganz frisch dabei, ja, ähm, sowieso die Dynamik zwischen diesen vier Charakteren finde ich super. Jeder hat wirklich da eine bestimmte Persönlichkeit. Und was passiert? Naja, sie stolpern im Endeffekt da in so eine, äh, in so eine Zeitreise-Geschichte rein, ja, und man denkt erstmal so, ah, okay, jetzt gucken wir mal, wie es dazu kam. Aber es wird dann halt immer, ähm, ja, komplizierter, ich meine das jetzt gar nicht negativ, ähm, unüberschaubarer, benutze ich mal lieber, ja, unüberschaubarer, weil die wirklich dann von Zeit in Zeit springen. Das Coole ist aber, es ist eben nicht wie so oft in vielen Zeitreise-Geschichten, dass dann die, äh, dass sich dann durch die Reise ein neuer Zeitstrang bildet und dann eben halt alles andere ja irgendwie eigentlich, ne, unbedeutendes wieder rückgängig gemacht werden kann, sondern hier merkt man im Laufe der Geschichte, dass wirklich alle Zeitsprünge aufeinander Einfluss haben und dass alles in einem Zeitstrahl stattfindet. Und, ähm, ja, ähm, und das funktioniert bis zum Ende. So viel kann ich schon mal spoilern. Es ist eine, ähm, sehr schöne Zeitreise-Geschichte, die, ähm, die man locker lesen kann und nicht alles verstehen muss, wenn man das nicht möchte. Und wenn man es aber verstehen möchte und durchanalysiert, dann gehe ich davon aus, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht, also ich gehe eigentlich davon aus. Für mich hat eigentlich das, was ich verstanden habe, hat für mich Sinn ergeben. Ähm, und ich würde mal behaupten, ich bin ein bisschen geübt in Zeitreise-Geschichten, ja, weil ich, als Comic-Leser ist man da einfach geübt. Da ist mir auch damals im Kino bei, hier, ähm, wer ist der, Tenet? Äh, wie hieß er, ne? Tenet, ähm, von Christopher Nolan, der Zeitreise-, der Rückwärts-Zeitfilm. Und, ähm, ich fand ihn jetzt nicht so hochdramatisch vom Verständnis her und habe eben gemerkt, dass so Leute, die eben nicht regelmäßig Comics lesen, die sind halt, glaube ich, schnell ein bisschen am Limit. Ja, weil es halt natürlich auch in der Alltagswelt ja überhaupt keine Bedeutung hat, irgendwie ein Verständnis für Zeitreise-Geschichten mitzubringen. Aber wenn man halt eben regelmäßig Comics liest mit Zeitreisen und so, ich glaube, dann ist man da so ein bisschen, äh, konditionierter und kann da eben halt ein bisschen besser den Überblick bewahren. Ähm, ja, genau. Also, das heißt, Zeitreise, ähm, und, ähm, mit vielen, wirklich vielen, vielen guten Ideen, die hier und da sicherlich alle schon mal vorkamen, ja, aber hier wirklich schlüssig, kompakt in einer 30-Kapitel-Geschichte enthalten sind, finde ich wirklich cool. Und, ähm, ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich dazu eigentlich noch sagen soll. That's it. Also, ich kann nur sagen, ähm, Paper Girls, von mir eine Empfehlung, wenn man diesen Stil, ähm, schätzt oder schätzen kann, ja, wie gesagt, ich bin, das ist gar nicht mein bevorzugter Zeichenstil, aber er passt hier einfach sehr gut und er ist super ausgearbeitet. Ja, die Dinge, die eben, ähm, die Charaktere, ähm, ausmachen und so weiter, auf äußerliche Art, jetzt nicht auf die, die Schreibe, sondern äußerliche Art bezogen, die, da nimmt sich der Zeichner eben auch für die Details Zeit, wie man, wie man hier hier schon auf dem Cover sieht, die Klamotten und so weiter und so fort. Ähm, und, ja, noch ganz cool ist, ähm, nee, Entschuldigung, das fände ich gar nicht spoilern, das lasse ich jetzt mal weg, ja. Also die, ähm, nur so viel sei gesagt, diese vier Mädchen, diese vier Charaktere sind trotz ihres jungen Alters wirklich starke Persönlichkeiten, starke Charaktere, ja, individuell, ähm, und man fühlt mit, ja, es gibt auch hier und da ein gewisses Drama oder, ja, manche Dinge, wo man einfach, die man einfach, ähm, die eben besprochen werden, die dann eben halt, ähm, zu erwarten sind und so weiter und so fort. Auch da will ich nicht spoilern und das hat bei mir alles sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also von mir eine klare Empfehlung, was hat denn der Spaß überhaupt gekostet? Äh, 60 Euro, okay, also, aber gut, sind halt eben auch 30 Kapitel, ähm, und, ähm, ja, ein schönes Einwand gibt's auch dazu. Ja, so schaut's aus, ähm, also Paper Girls, von mir eine Empfehlung, Fantasy-Elemente, kein Superheldenkram, ähm, aber wie gesagt, Fantasy-Elemente sind zu finden und, ähm, dann also bis zur nächsten Comic-Besprechung oder zum nächsten, ähm, Live-Zeiten oder sowas. So, bevor es jetzt losgeht, weitergeht oder, ähm, schon vorbei ist mit der Comic-Besprechung, der eigentlichen Comic-Besprechung, ich weiß noch nicht genau, wo ich das hier ranschalte, nochmal ein bisschen Werbung für mein eigenes Comic, Star Child, ja, in acht Kapiteln inzwischen abgeschlossen, ähm, wurde über Crowdfundings ermöglicht, die eben immer dank eurer Hilfe, ähm, zustande kamen. Und, genau, ich hab das Ganze eben erstmal in Heften gemacht hier, ja, da geht's dann eben, äh, in die, äh, genau, das sind eben die entsprechenden, äh, Hefte, ähm, im üblichen US-Format. Und dann hab ich das Ganze später eben auch nochmal, ähm, beziehungsweise parallel sogar in zwei DIN A4-Sammelbänden rausgebracht, den ersten und den zweiten, wo dann eben auch noch ein paar Extras drin sind, ja, also hier, äh, ein paar Extras, wie ich dann eben zu, äh, mir die Zeichnung erarbeitet habe, oder die Charaktere, oder, ähm, ein paar alternative Cover und so weiter und so fort, ja, hier erneuerte Seiten, ähm, genau. Und Star Child ist eben meine, meine, mein kleines, meine kleine Sci-Fi-Fantasy-Serie, wo ich jetzt gerade auch am Nachfolgeprojekt arbeite, ja, es geht um eine nahe Zukunft und es geht eben um drei Hauptcharaktere, die wir hier eben sehen, ja, beziehungsweise dreieinhalb, ne, aus NASA und das ist natürlich auch noch ein, äh, Charakter, der eben halt vorkommt. Es geht um Superkräfte und es geht um die Probleme, die so die Zukunft mit sich bringen könnte, ja. Ähm, genau, wenn das was für euch ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ihr bekommt, ich verlinke eben halt dann, äh, etwas, wo ihr die Comics kriegen könnt, in der Videobeschreibung oder ihr schreibt mich einfach an über Social Media. Genau, alles klar, dann, ähm, entweder noch einen schönen Tag oder viel Spaß mit der, äh, Comic-Besprechung, die jetzt kommt oder schon war, ne, wie auch immer. Und dann, ähm, äh, mit dem, 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 äh, mit dem